Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Lucky Block Battle mit dem It's Daros, der ist wieder dabei. Und wir spielen heute mal mit einem Inventar voller Troll Lucky Block plus 100. Einzige Regel, Pizza ist nicht erlaubt, die ist viel zu op, wie man in der Folge von Daros gesehen hat. Die könnt ihr euch direkt anschauen, die war sowas so lustig. Und ich würde sagen, es geht einfach los. Jo, und ich krieg... Oh mein Gott, ja, ich auch. Ich hab schon... Ich hab gewonnen, Digga. Sorry. Ja? Ja, weil bei mir regnet's scheiße vom Himmel. Das macht op. Ich hab so easy gewonnen. Oh mein Gott. Aber auch, tut mir leid. Vielleicht haben wir beide ja gewonnen. Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Hä? Was kam da jetzt raus? Komisch. Nicht. Irgendwas kann... Ja, scheiß drauf. Jo, was krieg ich da für Zeug, man. Poop Stuff brauch ich nicht. So viel OP Zeug. Poop Stuff hab ich jetzt auch bekommen. Ich könnte dich einfach... ...versuchen mit Badrock einzubauen. Dann kannst du nix mehr machen. Ich hab Instant gewonnen. Jo. Jetzt muss ich den ganzen... Jo, diese Protection, Alter. Protection? Protection Action? Ich hab bis jetzt noch nichts Illuminati-like bekommen. Das ist ein bisschen scheiße. Jo. Hast du schon? Wer weiß. Jetzt sag doch einfach. Hä? Oh, jetzt hätte ich Pizza gehabt, aber die nehm ich nicht mit. Leitern, alles klar, Mann. Ich hab ein Geschenk für dich. Ja? Trink mal das hier. Ich hab nen Trank zugeworfen. Trink den mal. Nee, sicher nicht. Wieso? Das ist nur eine Troll-Pause, Alter. Das kann richtig gute Sachen bringen. Ich weiß. Oder mega... Trink mal. Nee. Ich will wissen, was passiert. Ich hab den schon mal getrunken. Den verreckst du. Nicht immer. Ja, nicht immer, aber meistens. Jo. Ah, Pizza. Gut, die kommt direkt weg. Ich bin grad echt mega leid, aber... Oh, Pizza. Weg damit. Oh, du hast verloren. Ja, du hast wahrscheinlich komplett... Komplett Ding. Was? Komplett Ding? Ja, komplette... Komplette Dingsrüstung. Hier, Illuminati. Was hab ich denn da? Oh, ich krieg einfach ein Iron Man. So, ich bin schon im Deathmatch. Ja, ja, gönn dir. One Point. Und... Ill. Ich muss jetzt noch ein paar machen. Clock Bomb kommt auch weg. Komm, ein bisschen was Gescheites. Muss doch noch rauskommen, Mann. Ich krieg nur Schwerter. Aber keine gescheite... Doch, ich hab schon gescheite Rüstung, aber keine... Wow, ich hab wirklich von ganzem Inventar kein... Keine... Keine was? Äh, Illuminaten. Yo. Ich hab nicht mal Hose, Alter. Aber ich hab gute Protection. Yo. Das ist nice. Ich hab keinerlei Tränke oder so. Null. Und wie mein Magic Sword kommt weg? Boah, ein Superlucky Sword. Das ist krass. Superlucky Sword. Richtig Superduper. Superduper. Bidi 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 Babi. So. Und der noch. Das kommt alles weg. Slash DM. Dann gehen wir jetzt hier mal zum Deed Match. Ja, er hat einfach Voll Illuminati. Ich hab keine Chance. Nicht Voll Illuminati. Ach Gott, wenn du die Boots hast, hab ich verloren. Boots hab ich nicht. Boots hatte ich noch nie. Die Boots machen dich einfach so... Das ist das OP von der ganzen Rüstung, glaub ich. Okay, also. Es könnte eigentlich losgehen. Drei, zwei, eins, go. Alter, wo ist der? Hi. Hi. Ja, keine Chance, Mann. Keine Chance. Hab ich dir überhaupt Damage gemacht? Hä? Ne, ne. Komm mal her, schön was rausprobieren. Wo bist du? Was? Wo bist du? Was denn? Wo bist du grad? Ach, da hinten. Hier. Ich bin das. Hahaha. Yo. Das ist natürlich nice. Vielen Dank für die Blumen. Keine Ahnung, ob wir uns jetzt überhaupt besiegen können. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich hab ein Trollstick. Okay, 3, 2, 1, go. Ich will jetzt wissen, was der Trollstick macht. Wow, ist der einfach auf die andere Seite gelaufen. Oh, der ist wieder komplett ungewohnt. Da bist du. Ha. Wow. Der Trollstick. Ja. Was? 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 Ich hab mich selbst getötet. Ey, was? It's Daro was killed by Magic. Ja, ich hab mich selbst getötet. Okay, wie des? Mit dem, äh, mit diesem Magic Sword, Mann. Ich hab auch ein, ne, ich hab kein Magic. Doch, ich hab, ne, das hab ich weggeworfen. Okay, bist du ready? Ja. Okay, 3, 2, 1, los. Äh, du weißt, dass das Magic Sword One-Hit ist. Toll. Weil da du, äh, Thorns hast, äh, bin ich kaputt gegangen. Yo. Kriegst du Damage? Nett wirklich. Du? Äh, n- Nee, gar nicht. Aber du kriegst du Damage, ein bisschen. Ein bisschen? Nee, gar nicht. Yo. Ah, GG. Okay. Krass, Mann. War das das Magic wieder? Äh, nee, nee, das ist was anderes. So, bist du ready? Okay, jetzt, äh. Du hast noch ein Leben? Ja. Ich hab noch zwei. Okay, auf geht's. Anders konnte ich dich, glaub ich, nicht besiegen. Wo bist du mein Fall? Yo, was geht? Alter. Was hast du da gespawnt, Mann? Nein! Ja! Oh, eins. Ah, jeder noch ein Leben? Nice. Okay, wow, da müssen wir jetzt echt aufpassen. Was? Ah, der ist noch da, warte. Ja, ja. Genau so. Ja, wenn man sowas macht, sollte man halt aufpassen. Ja, bist du ready? Ja, ja. Okay, los. Let's go. Viel Spaß mit den Kollegen. Viel Spaß, du hast auch zwei. Alter. Ja, das ist ja. 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 Scheiße! Guck dir als die Armee an, Mann! Ey, diese Taktik, Mann, diese Taktik! Leute, wenn's euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben! Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Das war richtig spannend gerade, aber neise Taktik auf jeden Fall! Tschüss!